Hallo, ich bin Sophia und ich bin dein Coach für die Videoreihe zum Arbeitsblatt Bestimmtes Integral. Du kannst das Arbeitsblatt auf der Website downloaden und ich würde dich bitten, dass du es während diesem Video griffbereit hältst. Und falls es dir zu schnell geht, kannst du jederzeit auf Pause drücken und dann fortsetzen. In diesem Video werden wir kennenlernen, was Untersummen sind und was Obersummen sind und wofür wir diese benötigen. Wir haben hier den Funktionsgrafen der Funktion f abgebildet. Und jetzt wollen wir wissen, wie groß die Fläche a ist. Also interessieren wir uns für den Bereich, der zwischen der x-Achse und dem Graph der Funktion f im Intervall 0 bis 6 liegt. Dafür ist es am einfachsten, wenn wir die Fläche annähernd zuerst berechnen. Und dafür teilen wir das Intervall von 0 bis 6 in n gleich breite Teile. Dann können wir diese Fläche unter den Funktionsgrafen von f annähernd berechnen, indem wir sogenannte Untersummen bilden. Dafür können wir unser Intervall 0 bis 6 zum Beispiel in n ist gleich 3 Teile teilen. Das bedeutet, dass jeder Bereich 2 Einheiten groß ist. Wenn wir also nun unser erstes Rechteck bilden, schauen wir uns den Funktionsgrafen in diesem ersten Bereich an und suchen uns in diesem Bereich den niedrigsten Punkt des Funktionsgrafen. Der ist hier. Jetzt können wir ein Rechteck, das unterhalb der Funktion f liegt, einzeichnen. Ich bitte dich, dass du nun versuchst, auch die zwei weiteren Rechtecke einzuzeichnen. Pausiere dafür das Video. Wenn du diese Aufgabe gemacht hast, sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt rechnen wir uns die einzelnen Flächen der Rechtecke aus und addieren sie anschließend und bilden so unsere erste Untersumme u3. Erinnere dich dafür, wie man die Fläche eines Rechtecks berechnet. Es ist immer die Breite mal der Höhe. Im ersten Fall zeige ich es dir, die Breite ist 2 Einheiten und die Höhe ist ungefähr 1,8 Einheiten. Versuche nun, dass du die zwei weiteren Rechtecksflächen berechnest und addiere sie anschließend. Wenn du dies geschafft hast, solltest du ungefähr 13,6 hinausbekommen. Das bedeutet, unsere Untersumme u3 ist 13,6. Wir sehen auch, dass jedes Rechteck unterhalb des Funktionsgrafen von f liegt. Daher ist die gesamte Untersumme kleiner als die Fläche a. Also u3 ist kleiner gleich a. Nun können wir nicht nur eine Untersumme finden, die die Fläche a annähernd beschreibt, sondern auch eine Obersumme. Bei der Obersumme sind es Rechtecke, die oberhalb des Funktionsgrafen liegen. Ich zeige es euch wieder im ersten Fall vor. Das bedeutet, in unserem ersten Bereich wieder ist der größte, in dem Fall der größte Funktionswert hier. Und wir zeichnen ein Rechteck, das über dem Funktionsgrafen liegt, ein. Ich bitte dich nun, dass du das Video pausierst und versuchst, die zwei weiteren Rechtecke einzuzeichnen. Wenn du dies geschafft hast, sollte es ungefähr so aussehen. Anschließend können wir wieder die einzelnen Rechtecksflächen berechnen. Und ich bitte dich, dass du wieder das Video pausierst und dies tust. Wenn du dies geschafft hast, solltest du für die Obersumme ungefähr 23,3 hinausbekommen. Wie man sieht, sind die einzelnen Rechtecke oberhalb des Funktionsgrafen f. Das bedeutet, dass unsere ganze Obersumme O3 größer gleich der Fläche a ist. Folglich zeigt sich auch, dass unsere Untersumme U3 kleiner gleich a kleiner gleich O3 ist.